Kennen Sie das auch? Alltägliche Situationen gestalten sich als total schwierig für Sie. Wie zum Beispiel ein Kleidungsstück in den Schrank hängen. Eine Pizza in den Ofen schieben. Eine Pizza in den Schrank hängen. Dann haben wir jetzt die Lösung für Sie. Sie brauchen Gehirn. Gehirn! Stiftung Warentest hat 100 Waschmittel getestet. Testsieger ist Gehirn. Oh ja, das kann ich bestätigen. Gehirn eignet sich viel besser zum Denken als gewöhnliche Waschmittel. Gehirn! Endlich können Sie all die Dinge tun, die Sie ohne Gehirn nicht tun konnten. Vertrauen Sie dem Daumen!